Jetzt sind wir wieder bei Teil 2. Ich habe gleich weiter abgenommen. Da kämpfen zwei. Fight der Giganten. Sorry, aber das war jetzt Reudig absterben. Reudig. Reudig. Hä? Okay, ich glaube, ich... Ja, ich habe Teile. Okay, ich würde sagen... Okay. Ähm, das war wohl der Timeout. Ich werde gleich noch ein Video machen. Und da werde ich das mit dem Timeout noch ein bisschen besprechen. Und vielleicht auch ein bisschen lösen. Okay? Tschüss, tschüss.